An einer Tankstelle zwischen Berlin und Flensburg einen Abonnenten zu treffen, der mich sogar noch erkennt, ist natürlich dann doch schon eine ziemlich coole Kiste. Hallo, hier ist der Wusor, ist wieder alles fresh bei euch, läuft's? Ich hoffe doch mal. So, wir haben einen neuen Tag, also ich natürlich nicht, aber ihr habt einen neuen Tag und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, mir wieder ein bisschen zuzugucken. Ich bin gerade kurz am Angreifen und danach würde ich gerne kurz den Clan liefen. Ist nicht weiter wild, weil, ob ich da jetzt kurz rausgehe oder nicht, das ist nicht weiter schlimm. Gucken wir mal, was uns hier vor der Flinte läuft. Ob das hier so zum... Oh, ich meine, der ist echt schon richtig low. Ich meine, bis auf die X-Bows ist das alles nicht gemächt. Na doch, die Boogie-Türme sind richtig gut und die Minenwerfer auch. Also, die Magier-Türme sind auf jeden Fall nicht Luftfahrt, wäre es auch nicht so der Knüller. Hm, lohnt sich nicht ganz. Also, ich meine, klar, mit Liga-Bonus ist das okay, aber auch nicht so der Knüller. Ich hoffe, also jetzt ist es ja noch nicht der Fall, aber ich hoffe, wenn es dann soweit ist, sprich, also euch hat der Stream gestern gefallen. Ja, wie gesagt, Poke-Jagd war so ein bisschen angesagt. Achso, ich habe noch was vergessen. Ich habe es gestern echt vergessen. Und zwar hatte ich den ersten, ja, wie soll ich sagen, den ersten YouTube-Abonnenten-Kontakt. Also, ich stand mit meiner Tochter, die habe ich mitgenommen, logischerweise. Wir waren ja in Berlin, habt ihr ja im Video gesehen. Und wir nach Hause gefahren halt und an der Tankstelle sage ich so, hier, willst du dir noch was zu essen aussuchen? Und sie so, hm, ja, wir gucken so am Regal und, schnitt, mehr erzähle ich nicht. Hoho, nein, also, wir stehen so am Regal und steht ein Junge so neben uns und man denkt so, ja, gut, okay, der will sich eventuell auch was holen. Aber eben auch direkt aus dem Regal, so sah es zumindest aus. Denke ich, gut, okay, alles easy, alles cool. Und dann kam das, bam, schade, dann kam das, was er garantiert vielen anderen im Voraus hat. Denn er hatte solche dicken Eier. Also, wirklich, er hat sich einfach mal getraut und hat sich gesagt, ey, hier, sprach mich dann an, bist du der Guzoa? Sag ich, ja. Und genauso wie das natürlich für einen Abonnenten relativ schwierig ist, so, oh, kann ich den ansprechen? Ja, ihr dürft mich gerne ansprechen, das ist gar kein Thema. Ihr dürft mir auch um den Hals fallen, das geht auch noch. Nee, also, das ist gar kein Thema. Traut euch das einfach, weil später sitzt er da und denkt sich ja euch, ah, Mist, hätte ich ihn mal angesprochen. Vielleicht wäre es gewesen. Ich meine, Mann, dann im allerschlimmsten Fall, sagt er, wie, was willst du von mir? Und dann hättest du aber sagen können, wenn ich es halt nicht gewesen wäre, hätte man sagen können, ey, du siehst einem YouTuber ziemlich ähnlich. Und dann wäre das gegessen gewesen. Also, von daher, traut euch das einfach. Also, wenn ihr mich sehen solltet, ähm, ja, quatsch mich an. Es tut nicht weh, ich beiße nicht. Ich bin auch nur ein Mensch, wie gesagt, ganz, ganz coole Sache. Hättest du, ich weiß noch nicht, wie du heißt, aber hättest du noch ein Stiftchen dabei gehabt, hättest du natürlich auch ein Autogramm bekommen. Wäre ja gar kein Thema gewesen. Naja, das fand ich ziemlich geil. Also, wie gesagt, dass ihr das auch mal so seht, wie das so als YouTuber ist, sage ich jetzt mal, dass das auch aufregend ist. Ich habe natürlich auch gleich meiner Frau davon erzählt und so, oh, hier, guck mal, ich wurde erkannt. Das ist natürlich schon eine geile Nummer, ganz klare Geschichte. Und das ist auch immer noch was anderes, wenn man jetzt im ganz normalen Real Life unterwegs ist oder wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Messe ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wäre jetzt, sage ich jetzt mal, auf der ClashCon gewesen und hätte da ein Abonnent getroffen. Hätte ich auch gesagt, klar, ist das cool, aber ihr wisst, was ich meine, dann rechnet man damit. Aber an einer Tankstelle zwischen Berlin und Flensburg einen Abonnenten zu treffen, der mich sogar noch erkennt, ist natürlich dann doch schon eine ziemlich coole Kiste. So, jetzt wollen wir hier aber nicht lange rumquakeln. Hier, normalerweise hätte ich gleich wieder mit den Mauerbrechern probiert, bloß die rennen ja dann irgendwo hier rum. Das ist ja dann auch doof. Gucken wir mal, ja, die Queen, die ist gleich ausgeschaltet, also die gegnerische Queen logischerweise. Und dann können wir hier uns noch ein bisschen was Loot holen. Gucken wir mal, sobald der Minenwerfer gerade geschossen hat, würde ich jetzt nochmal kurz meine Queen ragen, dass die einfach nochmal ihre Boogies rausholt und dann, ja, hier, das läuft doch einwandfrei. Muss man halt gucken, wie man das einsetzt und dann läuft das ganz gut. Ja, schade, ich hätte gerne noch das Alex hier gehabt, aber gut. Das ist Heulen auf hohem Niveau. Ich hätte aber auch schon gedacht, dass ich schon mehr Prozente gemacht habe. Da hätte ich echt gedacht, dass das noch ein bisschen mehr ist, aber gut. Stört uns jetzt nicht. 100k müssten es Alex gewesen sein. Genau, 100k, 1k im dunklen Bereich, einwandfrei. Das passt. Ich liebe den Clan erstmal. Sehr gut, sehr gutes Ding vom Rochenbogen. Und, ja, ich lasse halt schnell durchlaufen, aber vierfach wäre für den Loot echt zu abwertend. Und das ist halt wirklich, das war richtig nice, sowas kann man sich dann auch mal geben. Und man denkt sich, oh, krass, was ist das für ein Loot? Und gute Kombi hier jetzt gerade in dem Bereich. Wenn ihr das seht, der hat wirklich komplett volle Alex-Lager. Besonders, wenn er gerade kurz vorm Upgraden ist, hat man das ja wirklich mal, dass man komplett volle Alex-Lager hat. Dann geht nicht unbedingt auf die Lager, sondern wenn die Lager voll sind, klar, dann sind die Sammler natürlich auch sehr wahrscheinlich sehr proppevoll. Da ist es dann manchmal gar nicht so verkehrt, dass man sagt, gut, okay, komm, dann schnappe ich mir mal einfach schön die Sammler weg. Die sind dann richtig schön voll. Nur mal so nebenbei. Hier vom Hundesohn, mal gucken, der hat hier eine Go-Wipe drin. Ja, hier draußen schon guten Loot auf jeden Fall. Also von daher ist natürlich wirklich wichtig, das Ding schon mal auch von außen rum zu rösten. Da ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ein Päcker durchgeht. Schade, es sieht hier jetzt aus wie zwei Stück. Oder sind das sogar, nee, das sind sogar drei. Ja, das sind sogar drei. Okay, das ist natürlich dann nicht so schön, aber die haben ja den Weg wieder reingefunden. Gucken wir mal. Hier gehen jetzt die Lager down, ganz klare Geschichte. Da, also mit der Base, klar, also wenn wir jetzt die Truppen sehen, das reicht schon, mehr braucht man eigentlich gar nicht. Dann kriegt man da schon den Three-Star hin. Klar, zeitlich ist immer mit den Golems ein bisschen tricky, aber die Packers, wenn die dann erstmal raufhauen, ist da Ende. Also im Gelände, die Base selber ist ja nicht so max-mäßig ausgemacht, ja, death-mäßig ausgemacht. So, jetzt kommen wir hier schon durcheinander, ey. Ich sehe das schon, das ist die Aufregung vor dem Stream. Nicht Aufregung vor dem Sturm, nein. Aufregung vor dem Stream. Vollkommen richtig. So wie ich es gesagt habe, das wird eh ein Three-Star, warum denn noch hier die Magier rausschicken? Vollkommen richtig. Hundesohn, gut gemacht, dass du halt nicht, wer weiß, wie einen totalen Overkill rausgehauen hast, einwandfrei. Hier die zwei, die hättest du nicht mal gebraucht. Definitiv nicht. Die Luckys hättest du auch nicht mehr droppen müssen, aber gut. Zeitlich auch noch geklappt und dann war es das. Einwandfrei guter Loot auf jeden Fall. Schön. Oh, sehr, sehr gut vom Hendrik. Bin ich jetzt gespannt, wie er reingeht, was er hier bringt. Da hätte ich so ansonsten noch ein Riese hingedroppt, aber okay, passt. So, jetzt beschäftigen die sich schon mit dem Rathaus und jetzt kann ich schön mit Riesen reingehen. Und dann sehen wir weiter. Also ich würde jetzt von hier aus rein stiefeln. Wollte sich jetzt mal auf Nummer sicher gehen, ne? So, genau. Jetzt kommen die Riesen. Zwei Heal, dann würde ich eventuell hier den ersten Heal droppen. Ja, einwandfrei. Genau. Vollkommen richtig. Zack, zack, zack. Ja, hier hat sich so ergeben, sage ich jetzt mal. Ich hätte eventuell ein paar weniger Kobis genommen und wäre eventuell, aber du hattest schon alles gespammt, ich wäre von zwei Seiten reingegangen. Weil die Gefahr ist halt einfach die, dass die dann wirklich sich in der Base doch zu lange aufhalten. Und guckt mal. Ja, Glück gehabt hier. Die Kobolder haben es echt überlebt. Glück gehabt, sage ich mal. Weil sonst hätte ich nicht mehr gesagt, kann das schnell passieren, dass zum Beispiel die Kobolde dann auch mal schnell weg sind. Aber das sieht hier wirklich nach einem schönen Ding aus. Wir haben Queen noch komplett lebendrinne. Einwandfrei. Schöner 3-Star. Und richtig fetter Loot auf jeden Fall. Nicht ganz ein 3-Star geworden. Ja, stört uns jetzt auch nicht wirklich. Glück mit der Königin. Okay. Da scrollen wir mal was weiter, weil jetzt Loot-mäßig nicht der Knüller. Ich gehe mal davon aus, es geht jetzt komplett ums Dunkle. Ja, ja, genau, genau, ja. Hier in dem Fall halt wirklich gut. King vorher. Der 5er King kann halt auch schon was managen. Und die Queen hinterher. Die, guckt mal hier. Ihr seht es perfekt. Das Zusammenspiel will man wirklich sehen. King deft ordentlich. Queen hinterher. Einwandfrei. Weil auf Level 1 kann die halt noch nichts. Das ist halt so. Die hält auch nichts aus. Und der King macht aber schon gut sein Ding dabei. Auf Level 5. Das passt. Hier. Schön. Klar. Ihr kennt selber Clanburg. Wo die Clanburg ist, ist die Queen nicht weit. Ganz klare Geschichte. Und dann gehe ich mal davon aus, wird sie sich gleich noch das Dunkle ziehen. Ah, nee. Okay. Der King geht schon mal los. Ja, genau. Hier. Jetzt sehen wir hier, was wir sehen wollen. Das Dunkle geht weg. Und kurz danach hört er auch auf. Da hast du definitiv abgebrochen, weil so schnell wäre die Queen sonst nicht down gegangen. Oder du hast halt die Zeit zu Ende gehabt, aber glaube ich nicht. So viel hattest du. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Gut gemacht in Kombination. Kann man natürlich auch nicht immer so vorhersehen. Das ist ja natürlich ganz klar. Dass das manchmal... Oh, cool, 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 Schweine. Dass das manchmal echt eine enge Kiste wird. Klar. Sind schön lange im Heal. Ich hätte den Heal vielleicht sogar noch ein bisschen später gesetzt. Aber, also minimal. Also nicht hier jetzt irgendwie... Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Jetzt auch noch nicht. Und jetzt langsamer. Zack. Ja, geil. Super. Genau. Jetzt schon langsam vorsichtig angefangen, dass einem nicht die Zeit wegrennt. Einwandfrei. Einwandfrei. Und die Hox, da ist ja fast noch alles komplett... Genau, dass man hier nicht den kompletten Flächenschaden abbekommt. Einwandfrei. Ja, da kann auch dann die Queen nix machen. Ganz klar. Und da haben sie sich schnell von der Queen gelöst. Einwandfrei. Hier sind wir... von den lebendigen Death-Gebäuden jetzt so weit durch. Jetzt könnte der King hier nochmal richtig was... Ja, was töten von den Schweinchen. Dass es Schweinebraten gibt. Aber... Das ist sehr gut, dass sie sich nicht an die... an die Totengebäude erstmal gewandt haben. Jetzt die Totendeath-Gebäude. Sondern halt wirklich erstmal... Das, was noch wirklich... Ja, gedefft hat. Das ist cool gewesen. Das ist gut gelaufen. Einwandfrei. Super gut. Und jetzt gehen sie natürlich weiter... in der Kombo rein. Und dann ist das natürlich eine ganz schnelle Geschichte. Sobald da die gesamte Death weg ist... ist da natürlich von der Base des Gegners... dann nicht mehr viel über. Sind wir bei 800k und Barge. Aber wenigstens reingeschrieben so. Zack. Weil wie gesagt, klar. 400 von beidem ist natürlich schon echt eine coole Nummer. Da kann man den halt wirklich auch mal durchlaufen lassen. Ganz klare Sache. Richtig schön komplett geholt. Und wir sind erst... Guck mal. Wir sind erst bei 32% gewesen. Und hatten aber schon... Hier ist noch ein Sammler. Aber ansonsten schon den gesamten Loot weggeballert. Das ist schon ziemlich krass. Gerade noch so hast du ihm das Schild gegeben. Sehr gut. Vom World Freak. Mit drei Heels. Ah, schade. Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Da sind sie nicht schnell genug durchgekommen. Jetzt schnell rein. Und dann schön den Heel ausnutzen. Ja, dann passt das. Die haben sich schön lange drin aufgehalten. So, jetzt ist der Heel weg. Ja, ärgerlich gewesen. Vom Platz her. Ein Mann frei. Ein bisschen später gedroppt. Wäre natürlich geil gewesen. Die wären nämlich alle noch schön im Heel drin gewesen. Aber du bist schon mal drin. Und du hast richtig gut Loot. Auf jeden Fall. Zack, Magier-Turm down. Klar. Kanon. Also wirklich da. Mit der Menge der Magier. Ist da halt alles noch. Muss auf den dunklen. Gucken wir uns gleich mal an. Weil ich halt für den Stream eigentlich mir mein iPad besorgt habe hier. und extra hingestellt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, ich wollte mit euch Call of Champions spielen. Und habe das halt gesehen über einen Air-Server. Wenn ich das jetzt sozusagen auf meinen Bildschirm ganz normal übertrage, kackt mir dann das iPad ab. Und das ist natürlich eher unschön. Damit kann man natürlich dann keinen Stream ordentlich machen. Leider. Das war es erstmal zu der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch was. Und ihr haut rein. Ciao, ciao.